Wunderschöne Drehorte, interessante Gäste und abwechslungsreiche Musik-Sessions. Mein Name ist Michael Lex, ich bin ein Singer und Songwriter aus Regensburg und das ist mein Format Michael Lex auf Tour. Und die Live-Musik-Sessions daraus könnt ihr ab sofort auf einem Album überall streamen und downloaden. Mit dabei, Solo-Gitarrist Mane Wagner. Sänger Ben Rivera Singer und Songwriter Manuel Mayer Die Regensburger Band Scherbenviertel Und die Liedermacherin Ronja Künstler Viel Spaß beim Reinhören! Die Regensburger Band Scherbenviertel Untertitelung des ZDF, 2020